So, ein neues Produkt im Briefkasten zum Testen und ja, das habe ich auch wirklich sehr, sehr gerne getestet und bin wirklich mehr als positiv überrascht. Man sieht es gleich auf dem nächsten Bild. Ich habe links nicht getuscht und rechts getuscht und ja, wenn ich jetzt noch mehr getuscht hätte, wären die Wimpern noch länger geworden. Also dieser Effekt funktioniert einwandfrei, was ich tatsache auch sehr faszinierend fand. Es verklebt nichts, die Wimpern sind weich, als hätte man gar nichts inne und trotzdem sind sie schön lang, schön föhlich. Es sieht natürlich aus. Ich habe auch den Versuch gemacht, was passiert, wenn ich mich abends mal nicht abschminke, weil wenn wir weggehen, ja, kann das auch mal sehr, sehr lange sein und auch dann soll ja alles noch ordentlich ausschauen und nicht, dass man dann verschmiert ist, dass es verklumpt oder, oder, oder. Am nächsten Morgen sah ich tatsache nicht aus, als wollte ich in den Krieg 10, sprich verwischt und farbig rundherum, sondern es war wirklich noch weitestgehend an Ort und Stelle und auch hier weiterhin die Wimpern weich. Mein Fazit, wirklich sehr, sehr guter Mascara, den ich einfach empfehlen kann und zukünftig auch verwenden werde.